Du willst dir deine eigene Meinung bilden? Dann abonniere jetzt den Kanal, denn du bist hier bei Modern Value Investing genau richtig. Wir stellen dir wöchentlich spannende Aktienanalysen, Updates zu diesen und einen Podcast kostenlos, aber nicht umsonst zur Verfügung. Besuch gern unsere Webseite www.modernvalueinvesting.de für weiteren spannenden Content. Denk bitte daran, dieses Video oder der Podcast ist nur unsere persönliche Meinung, welche auch total falsch sein kann. Wir wünschen dir jetzt viel Spaß mit dem neuen Content von Modern Value Investing. Hi, ich bin Philipp und herzlich willkommen bei Modern Value Investing. Ich weiß, manche von euch spielen Lotto und andere wiederum waren schon mal in einem Krankenhaus und wurden dort geröntgt in zum Beispiel einem CT und es könnte sein, dass dieses CT mit einem Gerät von der Firma, die wir jetzt besprechen, produziert wurde und entwickelt wurde, denn wir sprechen heute über die Siemens Healthineers. Wie werden wir vorgehen? Wir schauen uns an, das Geschäftsmodell, die Fakten, die News. Betrachten dann natürlich die verschiedenen Strukturen. Hier betrachten wir die Aktionärs, Chart, Dividenden und Aktienrückkaufsstruktur. Anschließend geht es weiter mit der Peer Group. Diese wird verglichen anhand der Gesamtkapitalrendite. Wir schauen uns an, in welchen Segmenten die Healthineers tätig sind. Dann schauen wir uns natürlich an, wo die Umsätze, in welchen Segmenten und in welchen Regionen diese erzielt werden. Wir kommen anschließend zu wichtigen Kennzahlen, den Aussichten, der Einteilung nach Peter Lynch, dem Levermann, dem Petrovski F-Score und zu guter Letzt wie immer die Checkliste, meine Meinung und natürlich auch dem Fazit zum Unternehmen. Fangen wir direkt an mit dem Geschäftsmodell. Die Siemens Healthineers ist das separat geführte Healthcare-Geschäft der Siemens AG und seit 2018 börsennotiert. Zu den Kernbereichen zählen die Bildgebung für Diagnostik und Therapie, Labordiagnostik sowie digitale Gesundheitsservices und das Krankenhausmanagement. Schauen wir uns die Fakten an und das Unternehmen wurde erst 2017 gegründet. Die Marktkapitalisierung beträgt 37,04 Milliarden Euro und im Jahr 2018 hat man einen Umsatz von 13,429 Milliarden Euro mit ca. 50.000 Mitarbeitern erwirtschaftet. Was sind die verschiedenen News? Und da sehen wir, am 30.09. wurde bekannt, dass die Healthineers eine Beratungsfirma in der USA gekauft haben, Goldman hat das Kursziel von 35 Euro ausgegeben und Bärenbejagd von 42 Euro. Was sind die verschiedenen Strukturen? Wie erwähnt, wir betrachten Aktionärs-Chartdividenden und natürlich auch die Aktienrückkaufstruktur. Bei der Aktionärsstruktur sehen wir, die Siemens Aktiengesellschaft hält 85% aller Aktien. Dann haben wir noch drei kleine institutionelle Investoren, die auch mit dabei sind. Was ist beim Chart? Hättest du vor einem Jahr 1.000 Euro investiert, wären aus diesen 1.000 Euro 1.054 Euro geworden. Das entspricht einer Rendite von 5,8%. Eine Dividende gibt es, 70 Cent pro Jahr, also wird aktuell einmal pro Jahr bezahlt, bei einer Ausstellungsquote von 55%. Ein Aktienrückkaufprogramm gibt es nicht. Schauen wir uns die Gesamtkapitalrendite an und sie beträgt 7,44% bei den Healthineers und als Peergroup haben wir genommen Dana hier, Thermo Fischer und Philips. Wir kommen auf einen Durchschnitt von 6,23 insgesamt und die Healthineers sind mit 119% der betrachteten Peergroup bewertet. Schauen wir uns die Segmente an, in denen die Healthineers berichten. Sie berichten in drei Segmenten Imaging, Diagnostik und Advanced Therapies. Bildgebung, Diagnose und erweiterte Therapien. Jetzt interessiert uns natürlich, wo werden eigentlich die Umsätze erzielt? Und da sehen wir knapp 59% der Umsätze werden im Bereich Imaging erwirtschaftet, Diagnostics knapp 30% und 10% oder sprich 11% Advanced Therapies. 33,3% der Umsätze wurden in der USA erzielt, Europa, CIS, Africa, Middle East 25,1%, Asia, Australia 14,3%, Germany 13,1%, Americas 5,7% und China 8,5%. Jetzt geht es weiter zu den wichtigen Kennzahlen, weil hier betrachten wir die operative Marge, den Free Cashflow, den Buchwert, das Eigenkapital, die Dividenden und das KGV und natürlich auch die Aktienanzahl in Millionen. Bei der operative Marge sehen wir. Im Jahr 2018 gab es ein Low von 14,7%, im Jahr 2017 ein High von 16,7%. Das macht eine Schwankung von 11,97% bei einer durchschnittlichen operativen Marge von 15,6%. Ihr seht, zwischen 2015 und 2018 konnte der Umsatz von 12,93 Milliarden auf 13,42 Milliarden ausgebaut werden. Das operative Ergebnis ist aber zurückgegangen von 1,972 Milliarden auf 1,96, 8 Milliarden. Der Free Cashflow 1,60 Euro je Aktie, der Buchwert 8,68 Euro je Aktie. Die Aktienanzahl in Millionen, exakt 1 Milliarde Aktien sind draußen, die Eigenkapitalquote aktuell über 56%, im Schnitt 77%. Dividende und KGV, Dividende 70 Cent, durchschnittliches KGV aktuell 30% für das Geschäftsjahr 2018. Durchschnittliche Ausstattungsquote 55,56%. Im Vergleich sehen wir jetzt folgendes. Analysten rechnen damit, dass die operative Marge aktuell 7% über dem Schnitt im Jahr 2019 sein wird, der Free Cashflow 23% unter dem Schnitt. Der Buchwert soll sich um 11% verbessern, die Eigenkapitalquote ist aktuell noch 27% unter dem Schnitt. Das KGV erwartet, dass 20% unter dem Schnitt. Die Dividende soll 17% höher ausfallen als die letzte. Wie sind eigentlich die Aussichten? Und da sehen wir Analysten rechnen mit mehr Umsatz, mehr EBIT, mehr Gewinn je Aktie und auch mehr Dividende. Sie gehen davon aus, dass zwischen 2018 und 2021 der Gewinn je Aktie um 10,37% pro Jahr im Schnitt zulegen wird und die Dividende um 9,33%. Was würde eigentlich Peter Lynch sagen? Und Peter Lynch würde uns sagen, wir haben hier einen Fast Grower. Das heißt, wir haben ein hohes Gewinnwachstum plus eine geringe Dividende. Er würde dir empfehlen, buy and hold. Jetzt aber aufpassen, weil wir sind nur noch knapp über den 10%. Es kann auch mal ganz schnell passieren, dass wir ein Average Grower werden und dann könnte es für den Kurs unangenehm werden, weil dann würde eigentlich auch im Normalfall das KGV runterkommen. Wie hoch ist eigentlich der Levermanns-Kurve? Punkt Nummer 1, haben wir ein Small Mid oder Large Cap und ihr ahnt es, wir haben ein Large Cap. Dazu gibt es eine Eigenkapitalrendite von 14,58%, 0 Punkte. EBIT, Marge, 5 15,15%, 1 Punkt. Eigenkapitalquote, 43,91%, 1 Punkt. KGV der letzten drei plus das erwartete KGV der nächsten zwei Jahre, 24, minus 1 Punkt. KGV fürs aktuelle Jahr, fast 22, minus 1 Punkt. Analysten raten mehrheitlich zum Halten, 0 Punkte. Reaktion auf die Quartalzahlen, plus 5,35%, 1 Punkt. Gewinnrevision gab es keine, 0 Punkte. Kursverlauf der letzten sechs Monate, minus 2%, 0 Punkte. Kursverlauf der letzten zwölf Monate, plus 1,8%, 0 Punkte. Somit haben wir leider eine Trendumkehr zum negativen, minus 1 Punkt. Verglichen mit dem Index haben wir mal besser, mal schlechter abgeschnitten, 0 Punkte. Und das Gewinnwachstum fürs nächste Jahr, da rechnen Analysten mit 10,37%. 1 Punkt. Summa summarum nur 1 Punkt, was bedeuten würde verkaufen. Betrachten wir den Petrovski F-Score. Er setzt sich zusammen aus der Profitabilität, der Finanzierung und natürlich auch der operativen Effizienz und wir starten direkt. Haben wir einen positiven Jahresüberschuss? Ja, das haben wir 1 Punkt. Ist der Cashflow positiv? Ja, das ist da auch 1 Punkt. Ist die Gesamtkapitalrendite höher als im Vorjahr? Nein, ist sie nicht. 0 Punkte. Ist der Cashflow größer als der Jahresüberschuss? Ja, das ist der 1 Punkt. Ist der Verschuldungsgrad gegenüber dem Vorjahr verringert? Ja, das ist der 1 Punkt. Punkt Nummer 6. Ist die Liquidität dritten Grad höher als im Vorjahr? Ja, das ist sie, 1 Punkt. Ist die Anzahl der Aktien nicht höher als im Vorjahr? Nein, ist sie nicht. 0 Punkte. Ist die Rohmarsche höher als im Vorjahr? Nein, ist sie nicht. 0 Punkte. Punkt Nummer 9. Ist der Kapitalumschlag höher als im Vorjahr? Nein, ist er nicht. 0 Punkte. Summa summarum macht das 5 von 9 möglichen Punkten nach dem Petrovski F-Score. Was sagt eigentlich die Checkliste? Und da sehen wir Punkt Nummer 1. 1. Wir haben ein verständliches Geschäftsmodell. Diagnostik, bildgebende Systeme. Schulnote 1. Ich halte das für sehr zukunftsträchtig. Glaube ich, dass das Unternehmen in 15 Jahren erfolgreicher sein wird als jetzt? Ja, ich glaube das. Wir sind in einer alternden Gesellschaft. Schulnote 2 von mir deswegen. Kenne ich die Segmente, wie das Unternehmen Geld verdient? Ja, das kennen wir. Schulnote 2. Wo werden die Umsätze erzielt? Finde ich, ist eine spannende Beimischung, weil nur 33% der Umsätze in der USA erzielt werden. Schulnote 1. Nach Peter Lynch haben wir einen Fast Grow und deswegen gehen wir jetzt direkt zu der Checkliste. Und da haben wir Punkt Nummer 1. Ist das Wachstum höher als 7%? Ja, das ist es. 10% EPS-Wachstum plus 2% Dividende macht 12,5% erwartete Rendite. Schulnote 3, weil es ist nicht wirklich hoch und dafür muss man viel KGV bezahlen. Wir haben das Risiko verstanden. Fantasie macht den Kurs. Wichtig ist, das Wachstum könnte abflachen und deswegen würde ich auch aktuell nicht kaufen, weil das KGV relativ hoch ist. Aber das Unternehmen kommt auf meine Watchlist und es gibt von mir schon unter 2 1,8 im Schnitt. Was ist jetzt meine Meinung? Was könnte für eine weitere Betrachtung sprechen? Punkt Nummer 1. Die interessante Branche. Ich finde das sehr, sehr interessant. Was spricht dagegen? Einmal der Lebermann-Score, einen Punkt verkaufen und der Petrovski-Score 5 von 9 möglichen Punkten. Ist auch nicht so das Wahre vermeiden. Aber jetzt interessiert mich natürlich deine Meinung. Hast du die Helfen jetzt im Depot? Schreib uns das doch gerne mal in die Kommentare oder beobachtest du sie. Ja, nein, vielleicht. Wieso, weshalb und warum. Oben rechts kannst du immer abstimmen, ob das Unternehmen zum aktuellen Zeitpunkt dich an Kauf ist und du kannst rechts sehr gerne den Kanal kostenlos abonnieren. Denk immer daran, wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenwagen. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden und auch in diesen gemeinsam mit euch zu investieren. Also bleibt auch dabei bei Modern Value Investing. Ciao! Bis zum nächsten Mal.